Ein Dreivierteljahr und gute 21.000 Kilometer im Tesla Model Y Performance. Ja, was gibt es so zu berichten? Nach einem halben Jahr habe ich endlich meinen Servicetermin nach vielen Verschiebungen bekommen. Die Auslieferungsmängel wurden größtenteils behoben. Was es immer noch zu bemängeln gibt, wo sich das Auto gut geschlagen hat, das alles jetzt in diesem Video. Generell muss man sagen, elektrisches Fahren einfach super Sache. Günstig, schnell und auch jetzt letztens auf der Langstrecke überhaupt kein Problem. Zumindest wenn man Langstrecke, sage ich mal, unter 1.000 Kilometer definiert. Und ja, von daher an sich tolle Sache mit dem elektrischen Fahren. Allerdings bin ich ja, wer meine Videos kennt, mit dem Tesla jetzt nicht zu 100% zufrieden und möchte das Auto eigentlich auch wieder verkaufen und auf ein anderes Elektroauto wechseln. Wie sich jetzt gegebenenfalls seit dem Service meine Einstellung dort geändert hat, beziehungsweise jetzt auch nach der Langstreckentour. Ja, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Damit wir jetzt nicht ewig warten müssen, bin ich mal nach drinnen gewandert. Draußen läuten die ganze Zeit die Kirschenglocken. Ja, und kommen wir mal zum Thema Service. Ich habe mir hier mal die Rechnung, die ist jetzt natürlich mit einer Nullsumme entsprechend ausgestellt, rausgesucht, aber einfach mal, um durchzugehen, was hier gemacht wurde. Ich hatte ja das Auto mit schon stark zerkratzten Felgen an der Vorderachse jeweils links und rechts entgegengenommen. Und ja, das ist auch hier der erste Punkt, der anstandslos behoben wurde. Beide Felgen wurden ausgetauscht und hier kann ich dann auch nicht meckern. Blende ich euch ein, ist jetzt so, wie es sein sollte, wurde also anstandslos übernommen. Ja, und was soll man hier sagen? Räder wurden beide ausgetauscht, also das heißt, die Felgen, ihr seht, hier ist sogar noch der Originalsticker drauf. Ich bin jetzt seit dem Servicetermin fast 4000 Kilometer mit dem gefahren. Den können wir jetzt auch mal hier abziehen. Und ja, bin auch schon das eine oder andere Mal damit jetzt durch die Waschstraße gefahren. Nix vermackt soweit. Und ja, hier nur etwas Dreck vom Urlaub und ansonsten hier rundum jetzt wirklich eine schöne Felge, die keine Beschädigung mehr hat. Dann habe ich die Spaltmaße an den Scheinwerfern mit der Frontstoßstange reklamiert. Da steht drauf, es wurde nachjustiert, Tesla Standard Toleranzbereich erreicht. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich nicht wirklich was getan. Also da ist immer noch eine merkliche Kante. Unten am Scheinwerfer blende ich euch auch ein, ob es jetzt tatsächlich besser ist. Ich kann es jetzt gar nicht beurteilen. Aber ja, soll mir jetzt soweit erstmal egal sein. Die Felgen waren definitiv das schlimmere Teil. Aber naja, schön ist zumindest anders. Dann hatte ich noch eine Verschmutzung im Innenraum, hier hinten auf der Verkleidung eines Sitzes bemängelt. Habe aber auch dazu geschrieben, dass ich nicht erwarte, dass das gemacht wird. Das hatte ich nur einmal mit aufgenommen. Wurde trotzdem anstandslos getauscht. Von daher hier auch soweit positiv. Und dann kommt schon ein Punkt, den ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Denn hier wurde einmal, das ist auch nur auf Englisch aufgeführt, Also hier wurde was an der Klimaanlage gemacht. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem anderen Punkt, den ich bemängelt habe, der kommt hier weiter hinten, dass es damit zu tun hat. Denn ich hatte bemängelt, dass das Auto unangenehme elektronische Störgeräusche macht. Jetzt war es allerdings so, als ich das reklamiert habe, war es Winter und es scheint auch mit der Heizung einher zu gehen. Also in dem Fall Heizung, Klimaanlage ist hier ja, sage ich mal, eine Komponente. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass hier schon mal vorgegriffen wurde und deswegen dieser Punkt erledigt wurde. Bei dem anderen Punkt mit den Störgeräuschen hat Tesla jetzt geschrieben, das können sie nicht nachvollziehen. Und das glaube ich ihnen auch, denn momentan jetzt im Sommer, also bei milden Außentemperaturen, ist dieses Geräusch nicht vorhanden. Also das tritt tatsächlich dann im Winter auf, wenn die Heizung einsetzt. Und ich bin mal gespannt, wenn es jetzt wieder kälter wird. Vielleicht hat das also Besserung gebracht. Kann ich jetzt soweit also noch nicht beurteilen. Denn es war wirklich ein sehr ekliges Störgeräusch, so ein ganz hochfrequentes Fiepen. Und das wirklich so penetrant, dass man es selbst mit starker Lüftung und lauter Musik immer noch so im Hintergrund wahrgenommen hat. Und das wäre natürlich gut, wenn das damit jetzt erledigt wäre. Ich habe von anderen Usern gelesen, dort wurde scheinbar was an der Klimaanlage gemacht, um dieses Geräusch zu beheben. Also bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ansonsten habe ich natürlich bemängelt, dass mein Auto entsprechend nicht, wie damals bestellt, mit Ultraschallsensoren ausgeliefert wurde, sondern keine funktionierende Einparkhilfe hat. Tesla verweist hier ja immer einfach nur auf das Vision-Only-System. Wobei das halt einfach keine richtige Funktionalität bietet und schon gar keine Verbesserung im Vergleich zu Park-Sensoren. Ja, hier wird immer wieder nur auf den FAQ-Artikel verwiesen. Naja, gut, werde ich auf jeden Fall nochmal für eine zweite Besserung reklamieren. Denn auf diesem Mangel sitzen bleiben, das sollte sich natürlich keiner gefallen lassen. Und Tesla hier, sage ich mal, zu vertrauen, dass in ein paar Jahren dann wirklich die Software soweit ist, dass das System gut oder besser funktioniert wie Park-Sensoren. Schwierig. Gut, dass dort aber nichts behoben wird, das war eigentlich so gut wie klar. Aber das ist hier dann nur, um es zu dokumentieren, dass das schon bemängelt wurde. Dann haben wir noch einen Punkt, und zwar die Ladeklappe hat bei meiner Auslieferung deutlich abgestanden. Blende ich euch auch nochmal ein. Und hier wurde auch dann der Charge-Port-Door-Remove-and-Replace, also das Teil wurde komplett ausgetauscht scheinbar. Und die schließt jetzt auch sauber ab. Kann ich euch auch gleich zeigen. Also das wurde dann anstandslos erledigt. Ja, und soweit muss ich sagen, die Mängel, wo ich jetzt erwartet habe, dass sie behoben werden, wurden tatsächlich auch anstandslos behoben. Und ja, wenn das jetzt von Anfang an direkt so gewesen wäre, muss ich sagen, wäre ich deutlich zufriedener mit diesem Auto. Denn das Problem ist einfach, ja, der allermeiste Stress ist einfach dadurch entstanden, dass Tesla wirklich so extrem lange gebraucht hat, um diesen Servicetermin dann, ja, durchzuführen. Wenn ihr meine vorherigen Videos gesehen habt, wisst ihr vielleicht, also ich hatte wirklich jetzt über ein halbes Jahr auf diesen Servicetermin gewartet. Und das kam immer dann durch immer weitere Verschiebungen. Erst wurden die Felgen scheinbar nicht bestellt. Dann hieß es, gut, jetzt ist nur die eine Felge da. Ja, und irgendwann war es dann soweit, dass man gesagt hat, okay, weil ich habe darauf bestanden, nur einen einzigen Servicetermin zu machen, weil ich habe immer 150 Kilometer Anfahrt bis zum Servicecenter und zurück. Ja, und das war schon sehr ärgerlich. Und die Kommunikation war da wirklich ein Horror. Und jetzt ganz zum Schluss, wo ich dann auch wirklich etwas unfreundlicher dann in der Kommunikation, läuft ja alles über die App, geworden bin, Dann kam irgendwann mal ein Anruf von Tesla, war eine nette Frau dann am Telefon, die dann auch wirklich mal in einem angemessenen Tonfall mit mir den Servicetermin abgestimmt hat. Und ich sage mal, ab dann hat es jetzt auch funktioniert. Servicetermin wurde dann entsprechend in der App hinterlegt. Und zu meiner Überraschung gab es dann einen Tag vorher noch den Hinweis, dass ich ein Leihfahrzeug bekomme, habe dann ein Model 3 Performance für einen Tag bekommen und das auch dann ohne Berechnung. Ja, war dann aber auch wieder so ein bisschen chaotisch, war dann last minute, so dieser Hinweis. Na gut, der Termin wird wahrscheinlich den kompletten Tag in Anspruch nehmen. Hier haben sie ein Ersatzfahrzeug. Aber da will ich jetzt natürlich nicht meckern. Das war dann zumindest soweit kein verschenkter Tag. Ich bin dann zwar sehr viel hin und her gefahren, um das Auto zu bringen, abzuholen. Aber ja, da kann Tesla jetzt nichts dafür, dass das nächste Servicecenter so weit entfernt ist. Ja, also von daher wurde das erledigt. Und Entfernung zum Servicecenter, da kommen wir jetzt mal gerade zu einem neuen Punkt. Denn ich war heute mal in Saarbrücken. Hier wird ein neues, sehr großes Servicecenter gebaut, beziehungsweise ist jetzt scheinbar fertiggestellt. Und ja, es ist natürlich ärgerlich, dass das erst jetzt der Fall ist, denn das hätte mir natürlich sehr viel Ärger und Aufwand erspart. Aber ja, für die Zukunft wird es jetzt hier in Saarbrücken wirklich ein sehr großes Servicecenter geben. Und ich blende euch da mal gerade ein paar Bilder ein. Ja, sieht sehr modern aus. Und ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, dass Tesla hier seine Standorte ausbaut. Und gerade hier bei uns in der Ecke im Saarland war vorher wirklich das nächste. Entweder Mannheim oder Frankfurt, beziehungsweise dann in Luxemburg. Wobei Luxemburg mein Auto jetzt wegen der Auslieferungsmängel nicht annehmen wollte. Das war halt das Problem. Ansonsten weiß ich von meiner Familie, mein Vater fährt immer nach Luxemburg ins Servicecenter. Der ist da sehr zufrieden. Von daher kommt es da auch immer drauf an, an wen und vor allem, wo man dort landet. Ja, aber wie gesagt, jetzt durch das neue Servicecenter in Saarbrücken wird sich da sicherlich einiges bessern. Ja, was soll ich sagen? Ihr merkt es vielleicht schon an meinem Tonfall und generell auch meinen Punkten jetzt. Im Vergleich zum letzten Video bin ich jetzt nicht mehr so negativ gestimmt, was das Auto angeht. Service wurde jetzt endlich erledigt. Wie gesagt, der Weg bis dorthin war jetzt wirklich der Horror. Aber ich sage mal, ja, das ist jetzt erst mal so weit vom Tisch. Die Sache mit den Ultraschallsensoren ist nach wie vor ärgerlich. Da werde ich mich auch erst mal nicht mit zufrieden geben. Aber auf der anderen Seite, ja, das Auto ist jetzt so, wie ihr, sage ich mal, ein Auto als Neuwagen erwarten könntet. Wie gesagt, Spaltmaße, da ist sicherlich Verbesserungspotenzial. Ich gehe auch mal stark davon aus, mittlerweile mit dem Hochlauf von der Gigafactory in Berlin sind dort die entsprechenden Spaltmaße und so weiter jetzt auch wahrscheinlich eher wieder auf der besseren Seite. Das war letztes Jahr halt, sage ich mal, dieser Hochlauf mit dem Model Y Performance. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute mit dem Auto halt schon zufrieden sind. Es ist ja, sage ich mal, auch wenn man keine Probleme hat, ein solides Auto. Und man muss halt wissen, welche Abstriche man in Kauf nimmt. Thema Assistenzsysteme. Also ich bin hier wirklich kein Freund von dem Autopilot und dem Abstandstempomat. Den nutze ich wirklich so gut wie gar nicht. Dann für meine Situation halt die Sitze, gerade jetzt auf der Langstrecke wiedergemerkt. Das Material überhaupt nicht atmungsaktiv. Und vor allem für mich auch im Model Y Performance hier tatsächlich dann die Sitzposition selbst. Aber das ist jetzt natürlich eine subjektive Präferenz. Ich wünsche mir da einfach wieder was anderes. Ich werde auf weiterhin ein anderes Auto in Zukunft setzen. Wann es soweit ist, das werden wir noch sehen. Wenn euch das interessiert, dann schaltet natürlich auch wieder sehr gerne hier ein oder abonniert den Kanal. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein bisschen mitnehmen. Vielleicht schaffen wir noch die 25.000 Kilometer, bevor das Auto weggeht. Vielleicht auch die Haltedauer von einem Jahr. Momentan ist es ja so, Tesla ist stark im Preis gefallen. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass der Wertverlust momentan verhältnismäßig hoch ist für dieses Auto. Was es natürlich sehr ärgerlich für mich macht, jetzt das Auto zu wechseln. Auf der anderen Seite geraten dadurch aber auch die anderen Hersteller unter Druck. Und man sieht jetzt auch langsam, also letztes Jahr, dass verfügbare Fahrzeuge über dem Listenpreis gehandelt wurden. Das ist natürlich schon längst vorbei. Mittlerweile sieht man immer tendenziell so einen kleinen Abstrich bei den Gebrauchtwagen auch. Das heißt, hier wird langsam ein richtig interessanter Markt entstehen, denke ich, für die Zukunft. Wer also jetzt noch ein bisschen Geduld hat und ja, hier immer den Markt schön beobachtet, kann hier sicherlich in den nächsten Monaten oder nächstes Jahr, auch wenn die Förderung ausläuft, dann sind die Händler auch wieder, sage ich mal, ein bisschen im Zugzwang. Dann wird es also sehr interessant. Dazu kommt jetzt noch, dass die Förderung für Gewerbetreibende jetzt Ende diesen Monats ausläuft. Das heißt, auch dort, wo die meisten Autos als Neuwagen ja tatsächlich abgesetzt werden, wird hier vielleicht so ein bisschen ein Knick im Verkauf entstehen und auch dann die Händler wieder ein bisschen unter Druck setzen, an den Preisen zu schrauben. Und da bin ich mal sehr gespannt, denn man merkt jetzt schon, man kriegt wieder Rabatte. Die Fahrzeuge werden besser verfügbar. Autos stehen länger im Internet, bis sie verkauft werden. Und von daher wird das, glaube ich, jetzt ein ganz interessanter Käufermarkt in der Zukunft. Ja, was jetzt natürlich noch positiv zu erwähnen ist, das hätte ich fast vergessen. Wir waren jetzt auf Langstrecke unterwegs. Normalerweise lade ich ja fast nur zu Hause. Aber jetzt waren wir wirklich öfters am Supercharger auf dieser Tour. Sechsmal haben wir geladen und Tesla hat schon wieder die Preise reduziert. Also mittlerweile ist man hier wieder wirklich sehr stark konkurrenzfähig. Also konkurrenzfähig im Sinne gegenüber des Verbrenners auf der Langstrecke. Denn ja, mittlerweile lädt man im mittleren 30-Cent-Bereich, je nach Stoßzeit, vielleicht etwas mehr. Auf dem Hinweg jetzt nach Österreich haben wir noch für Mitte 40 Cent geladen. Jetzt auf dem Rückweg irgendwas mit 30 Cent. Im Mittel dann 39 Cent auf 200 Kilowattstunden ungefähr. Und da muss man sagen, ja, das ist jetzt wieder richtig interessant. Das heißt, selbst wenn man hier jetzt keine eigene Wallbox hat, kann man hier dann doch relativ günstig laden. Und ja, was man Tesla ja auch wirklich lassen muss. Die Ladeinfrastruktur ist einfach gut, funktioniert. Einzig, ja, hier bei uns im Saarland, hier gibt es wirklich den nächsten Supercharger in Höhe von Kaiserslautern. Beziehungsweise wenn man dann Richtung Süden fahren will, dann erst bei Karlsruhe. Und das sind dann schon 150 Kilometer Entfernung. Aber hier soll beim Globus in Saarbrücken, habe ich zumindest mal gehört, in Zukunft auch einen Supercharger entstehen. Das wäre natürlich eine super Sache für alle, die, sage ich mal, hier in der Nähe keine Wallbox haben. Bei mir direkt vor der Haustür bringt es mir natürlich, sage ich mal, nicht viel, einen Supercharger zu haben. Da lade ich dann lieber zu Hause. Aber es trägt natürlich stark dazu bei, dass auch hier die Region dann, sage ich mal, besser zu erreichen ist. Beziehungsweise dann als Durchgang, ja, mit dem Elektroauto etwas unkritischer ist. Denn momentan ist hier im Saarland wirklich ein Brachland. Das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, Globus Baumarkt hat hier noch von den Pfalzwerken die ein oder andere Schnellladesäule mittlerweile errichtet. Die sind da scheinbar gut dabei. Also von daher, Daumen hoch, hier tut sich was. Und von daher wird man da auch mit anderen Autos in Zukunft, dadurch, dass ja auch die Supercharger meistens jetzt für die Fremdmarken geöffnet sind, auch gut laden können. Ja, und wenn euch natürlich das Thema Elektroauto, nicht nur der Tesla, sondern auch andere Fabrikate, denn ja, ihr wisst es ja, ich will in Zukunft wechseln. Wenn euch das interessiert, wir werden sicherlich hier auf dem Kanal noch die ein oder andere Probefahrt machen. Dann kommt dazu das Thema Laden. Wenn euch Photovoltaikanlagen Überschuss laden. Das Auto lädt ja hier momentan gerade mit Überschussstrom vom Dach, auch wenn es jetzt aktuell bewölkt ist, für so ein paar kW reicht das immer noch. Wenn euch diese Themen interessieren, dann abonniert natürlich sehr gerne den Kanal und schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Ich bin Andi und ihr schaut Smarter Energy. Ich bin Andi und ihr schaut.